5, 4, 3, 2, 1, und 0, 2, 1, und 0, 2, 1, und 0, 2, 1, und Und wieder ein Krill. Ich geh kaputt. Zwei Krille. Ja. Und wieder hier ein Kochbuch. Läuft super. Oh, ich hab mal was zu essen. Was echtes zu essen. Nicht nur so komische Eier. Oh, ich hab mal was. So, wo war ich denn da stehen geblieben? BB. Irgendwo dahinter dem Schulbus. Da war ich schon. Da war ich auch schon. Irgendwo hier. Ich geh mal weiter. Nee, noch mal darüber war ich. Wo ist der da? Hungrig, Durstich. Ja. Kenn ich. Da war ich noch nicht. Da kann ich ja was tun. Das ist nicht das Problem. Da kann ich ja eher was tun. Tja. Hungrig. Also eigentlich müsste doch einem Gart war doch früher mal für Essen und Trinken, oder nicht? Ja. Irgendwie merke ich da voll nix beim Trinken. Ich merke nur beim Essen, dass ich weniger essen muss. Aber beim Trinken überhaupt nicht. Sehr seltsam. Wo war denn der Händler? Hier in der Ecke? Keine Ahnung. Ah, okay. Ich weiß nicht, wo hier der Händler war. Ich geh nämlich mal... War das der eine da oben? Nee, oder? Der Trailer Wreckt. Dann müssen wir aber weit latschen. Ja, das ist der von uns. Dann müssen wir weit latschen. Der ist 300 Kilometer entfernt. Nee, der von Scooter war doch näher, oder nicht? Ja, der von Scooter muss hier irgendwo gewesen sein, aber... Aber wo hat denn der? Der hat ja nicht geteilt, ne? Hm, okay. Ich wiederhunde die. Dann müssen wir suchen. Ich bin jetzt auf jeden Fall mal... Außenrichts. Ja. Ja, du hörst da Lieder. Das ist richtig... Ja, Hallöchen. Da geht man nicht hoch. Das ist nichts Gutes. Nicht für meinen Level. Was haben wir denn hier? Shotgun. Okay. Ich bin schon wieder durstig. Das gibt es doch nicht. Hallo. Is it me you're looking for? Oh, das ist nix. Ist noch jemand da? Gerade keiner da. Gut. Das ist alles ganz toll, aber nicht das, was ich brauch. Da ist nix. Kommen die Mädels raus aus der Garage? Braucht man nicht. Ja, weil nichts anderes da war. Wo kommst du denn hier? Ach, endlich mal ein Buch. Fortrahead. Ja. Level. Könnt ihr mal Healing Factor machen, ne? Wäre sinnvoll. Da ist... ganz viel... Ganz viel... Okay. Das ist doch jetzt mal was Nettes. Gleich zweimal hintereinander. Mit richtigem Buch. Ach, komm, das brauchen wir nicht. Oh, Kartoffelsamen und Maissamen. Das ist doch schön. E-T-E-T-E-T-E-T-E. Trink-e und E-T-E. Hm. Ist das da hinten der Händler? Ich weiß es nicht. War ich da schon mal? Könnte der Händler sein. Weiß es nicht. Der sieht nicht so aus. Eine Dose Chili. Am, 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 am. Schnell dran gepfiffen. Na komm, 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 komm. Da waren es keine 2 Meter Arme. Ich habe aber auch keine 2 Meter Arme. Sag mal, wie kann man denn so oft dann leben? Gibt's ja gar nicht. Jetzt bin ich auch noch 4 überladen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Die große Armada. Müssen wir wieder ein paar Pfeile machen, ne? Ich habe noch ein paar Pfeile machen. WAH! Jetzt Hufi war gleich tot. Mit einem Schuss sind Gott. Aber Hufi gleich tot. Alter, der hüpft ja richtig, wenn man den trifft. Das ist ja echt fies. Aber nicht immer, ne? Der ist ja jetzt fast den ganzen Block mir entgegen gehüpft. Das war ja jetzt schon ein bisschen gruselig. Hat sie aufgegessen? Niemal. Ah, was wollte ich denn gucken? Ach so, und das hier ist. Ja, dann muss ich mal da oben hin, ne? Hier ist ja nix mehr. Hier ist überhaupt nix mehr. Ich hätte gerne. Das Liesma, das Liesma, das Liesma, das Liesma. Ich hab ne Stumpfengen gefunden. Ui, geil. Das Liesma, und das Liesma, und dann schmeißen wir uns gleich ein, weil ich hab nämlich Hunger. War ich hier schon? Nicht wirklich. Das Haus kenne ich noch vom Questen. Kartoffelsaunen, okay. Okay. Tschüss. Das noisy. Dann geht's. Das ist vor Ort. Untertitelung des ZDF, 2020